Die Kirche Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wir feiern heute einen wunderbaren, runden Geburtstag. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, 60 Jahre Bundesvereinigung Lebenshilfe. Mein Dank gilt heute den vielen Menschen, die sich für die Lebenshilfe engagieren, den Müttern, Vätern und anderen Angehörigen, den ehrenamtlichen, hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht zuletzt natürlich den Menschen mit Behinderung selbst, die im Bundesvorstand, in Ortsvereinen oder Werkstatträten mitwirken. Ganz nach dem Motto, das kennen wir alle, nicht über uns, ohne uns. Was die Lebenshilfe erreicht hat, dass wir Menschen mit Behinderung als volles Mitglied sind und so wohnen dürfen, wie wir wollen, arbeiten. Die Mitbestimmung, Selbstbestimmung, einfach, dass wir richtig und voller Menschen sind. Lebenshilfe steht wie keine andere Organisation für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung und ihren Familien. Dafür machen wir uns stark und wir werden das auch in Zukunft mit aller Kraft und mit ihrer Unterstützung tun. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, meine liebe Freundin Ulla Schmidt. Ich habe ja gewusst, dass du wieder eine super tolle Rede halten würdest und auch viele wichtige Dinge ansprichst. Man muss gemeinsam aktiv sein. Das ist mir ein echtes Anliegen. Das, was hier heute stattfindet, was das Ziel der Lebenshilfe ist, anders sein, Unterschied, Beeinträchtigung, durch selbstverständliches Mitnehmen und selbstverständliches Integrieren zu überwinden, das ist mir auch wirklich jetzt 2018 wichtig. Da müssen wir wirklich weitermachen. Es wird spannend. Die eigentliche Preisverleihung tatsächlich, Sebastian, jetzt geht sie richtig los. Ganz plastisch, so heißt der Wettbewerb. Ich darf jetzt die Nominierten nach vorne bitten. Bitte kommt nach vorne. Die Vertreter von It's a Blitz. Hallo, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Tanja Schere aus Offenburg hat dieses kleine, interessante Objekt gemacht, den Totenkopf. Tanja, hallo. Dann kommt Michael Dinges aus Worms zu uns. Das ist Luft ab, Zeit für Demokratie. Demokratie, das ist in der Mitte dieses Objekts, wo man denkt, der hat so lauter Nadel im Kopf. Das Thema an sich, das heißt Demokratie, lasst Luft ab. Das heißt ein Prinzip, dass die Menschen eigentlich ihre Meinung äußern dürfen. Auf der zweiten Runde. Und dazu darf ich auf die Bühne bitte Julius Mommsen mit Farbe bekennen und seine Lehrerin Hanna Schuster. Elias Köhnen mit Unentschieden und die Lehrerin Lina Hertelmeier, alle von der Porta Nigra Schule. Und Maximilian Weiger mit Jägersitz und Beichstuhl. Das sind diese beiden korrespondierenden Werke, die man da sieht aus Sigmaringen. Also wenn ich in der Jury gewesen wäre, es wäre mir echt schwer gefallen zu sagen, wer den ersten Preis bekommt. Weil ich fand das einfach von der Idee her, von der Gestaltung. Aber auch, wenn man sich die Werke mal ganz genau anschaut, fand das alles sehr beeindruckend. Aber ich glaube, dass das Besondere war eben, dass jeder von den Künstlerinnen und Künstlern so ihre eigene Geschichte dazu hatte. Meine Güte, ich heiße nicht mehr aus. Ich heiße echt nicht mehr aus. Ich will jetzt endlich wissen, wer der Erste ist. Gut, dann wollen wir es jetzt hören, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Maximilian Weiger mit der Jägersitz und Beichstuhl. Jägersitz und Beichstuhl, Dankeschön. Und wie gibt es dir jetzt als Preisträger, das empfindest du? Danke ging vorhin unter, bis in den Beifall. Ganz gut und so, also dass ich jetzt mal den ersten Preis hier in Berlin gewonnen habe. Ganz herzlichen Glückwunsch, das ist von allen Gründen, dass Sie freuen. Tolle Arbeit. Solange ich die Lebenshilfe habe, fühle ich mich ganz, ganz frei. Das ist die Lebenshilfe habe, fühle ich mich ganz, ganz frei.